Ich möchte zunächst meinen herzlichen Dank aussprechen an die studentischen Organisationen, die diese Kundgebung vorbereitet haben. Unsere Versammlung, zu der sich hier die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Konstanz und dem Landkreis und die Studierenden unserer Universität zusammengefunden haben, diese Versammlung ist Ausdruck von lebendigem Protest und einer buchstäblich von Herzen kommenden Solidarität. Aufgerufen haben wir zeichnenderweise und erfreulicherweise junge Menschen aus einem breiten Spektrum politischer Orientierung. Bei aller Düsternis des Schreckens den Russlands Krieg über die Menschen in der Ukraine gebracht hat, ist das ein Zeichen der Ermutigung. Viel ist in den letzten Tagen über die Fehler namentlich der deutschen außenpolitischen Orientierung und auch der praktischen Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen und geschrieben worden. Ich will hier ganz bewusst bei dieser Gelegenheit einen Aspekt herausgreifen, der nicht etwa nur die politischen Eliten und die Gestalter der sogenannten Geopolitik betrifft, sondern uns alle, aber insbesondere auch meine Generation. Und das mit Bezug auf die Rolle kleiner und mittlerer Staaten mitten in Europa, zwischen dieser wirtschaftlich so mächtigen deutschen Bundesrepublik und dem allein durch seine territoriale Ausdehnung und dem Besitz von Atomwaffen so unverrückbar mächtigen Russland. Hand aufs Herz, wer von uns hatte bis vor kurzem eigentlich einen Begriff von und ein Interesse an den Nationen in Mittel- und Osteuropa. Machen wir uns nichts vor. Wir waren, wenn es um Osteuropa ging, fast immer nur auf Russland fixiert. Vor 1989, als Moskau nun einmal tatsächlich das Machtzentrum Osteuropas war, hatte das sogar eine gewisse Logik, eine zynische Logik, um genau zu sagen. Es blieb nämlich immer Ausdruck einer im buchstäblichen Sinne hegemonialen Mentalität. Noch in den allerletzten Tagen und Wochen allerdings, als über die Geschichte der NATO-Osterweiterung diskutiert wurde, konnte man den Eindruck gewinnen, dass manche ausgerechnet in Deutschland die Machtprojektionen von Wladimir Putin und der Clique von Ja-Sagern in seiner Umgebung höher gewichteten als das Selbstbestimmungsrecht der Staaten in Mittel- und Osteuropa. Und das, so muss man ja hinzufügen, trotz der Erfahrungen des Tschetschenienkriegs Ende der 1990er Jahre, des Georgienkriegs mit der Errichtung von Marionettenregimen Russlands in Süd-Ossetien und Abkhazien 2008 und eben mit der Annexion der Krim 2014 durch Russland, als dieses Land unter Putin zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa wieder Grenzen unter Anwendung von Waffengewalt verändert hat. Meine Generation hat den Krieg, den Deutschland 1939 mit dem Überfall auf Polen begann, nicht erleben müssen. Wir sind im sogenannten Kalten Krieg aufgewachsen. Und nicht wenige von uns, mich selbst eingeschlossen, haben sich den Luxus der Naivität und der Gleichgültigkeit geleistet. Naiv waren wir, weil wir annahmen, die Ordnung der hochgerüsteten Blockkonfrontation sei stabil, geradezu ewig. Gleichgültig waren wir, wiederum nicht alle, aber zu viele, gegenüber den Menschen, die in der Diktaturen Mittel- und Osteuropas leben mussten. Wer auf die permanenten schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen im Herrschaftsbereich der damaligen Sowjetunion auch nur hinwies, durfte sich nicht wundern, als kalter Krieger abgestempelt zu werden. Diese Sicht der Welt, die viele von uns sich damals leisteten, war nicht nur moralisch zweifelhaft, sie war vor allem auch unrealistisch. Und das hätte man schon lange vor 1989 erkennen können, an dem, was in der damaligen Sprache Volksaufstand genannt wurde. 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in der damaligen Tschechoslowakei. Auch die Verhängung des Kriegsrechts 1981 in Polen gehört in diese Reihe. Autoritäre Regime und Diktaturen sind von Hause aus instabil. Und genau deshalb verfallen sie immer wieder in eine Spirale der Gewalt nach innen und nach außen. 1989 hat sich Mikhail Gorbatschow dieser Gewaltspirale verweigert. Seine Generäle und ihre Handlanger, auch die in der DDR, hatten die chinesische Lösung bereits vorbereitet, also die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung in Mittel- und Osteuropa nach dem Vorbild des Massakers vom Tiananmenplatz vom 4. Juni 1989. In Putins Russland hat Gorbatschow für seine Klugheit einen Preis bezahlt, der aus der römischen Kaiserzeit bekannt ist als Damnatio Memoriae, die Löschung aus dem nationalen Gedächtnis. Die Logik und die absolute Skrupellosigkeit von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine führen uns vor Augen. Dass der Rückfall in die Diktatur und damit in die Unterdrückung jeglicher Eigenständigkeit der Zivilgesellschaft über kurz oder lang nicht nur den Zusammenhalt einer Gesellschaft zerschlägt, sondern auch zur Zerschlagung einer internationalen Friedensordnung führen kann. Die mit Russlands Hilfe erfolgte Niederschlagung der Demokratiebewegung in Belarus war, wie wir nun erkennen, nur ein Vorspiel. Aber wo war unsere Solidarität mit den Menschen in Belarus? Heute sehen wir, dass auch unsere Untätigkeit einen Beitrag dazu geleistet hat, dass heute die Ukraine auch von Norden angegriffen wird, aus Belarus, wo Lukaschenko sich durch Putins Intervention nach einer manipulierten Präsidentschaftswahl an der Macht halten konnte. Die Konsequenzen für die Ukraine werden, so muss man befürchten, unsere schlimmsten Erwartungen übertreffen. Kein Zweifel kann daran bestehen, dass Putin in Kiew eine Marionettenregierung einsetzen will. Kein Zweifel auch daran, dass dies mit absolut skrupelloser Gewalt gegen jeglichen Widerstand oder auch nur Anzeichen des Protestes einhergehen wird. Aber Naivität und Gleichgültigkeit sind nun endgültig keine Option mehr. Kundgebungen wie diese entfalten sich in diesen Tagen mit großer Kraft. Aber sie können nur der Anfang sein. Jetzt kommt es auf nachhaltige Unterstützung der Menschen in der Ukraine an. Mit allen uns zur Verfügung stehenden friedlichen Mitteln. Mit unseren Netzwerken, mit unseren Freundschaften, mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Aber, das möchte ich betonen, auch mit denjenigen Russinnen und Russen, die unter uns leben und die ganz überwiegend beschämt sind durch das, was der Diktator im Kreml unter Missbrauch des guten Namens der russischen Nation an Verbrechen verübt. Unsere Universität, an der ich seit 32 Jahren lehre, war seit Beginn ihrer noch jungen Existenz immer ein Ort des internationalen Austauschs und der Freundschaft auch mit ukrainischen, ebenso wie mit russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mit Nachdruck unterstützen wir den Aufruf, den vorgestern mehr als 50 russische Kolleginnen und Kollegen im Protest gegen den von Putin diktierten Überfall auf die Ukraine veröffentlicht haben. Aus diesem Aufruf möchte ich zum Abschluss Folgendes zitieren. Auf der Grundlage einer Übersetzung die KollegInnen des deutschen Elektronen-Synchrotons, bekannt als DESI, angefertigt haben. Ich zitiere. Die Ukraine, so unsere russischen Kolleginnen und Kollegen, war und ist ein Land, das uns nahe steht. Viele von uns haben Verwandte, Freunde und Kollegen in der Ukraine. Unsere Väter, Großväter und Urgroßväter haben gemeinsam gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Die Entfesselung des Krieges für die geopolitischen Ambitionen der russischen Führung, getrieben von zweifelhaften geschichtspolitischen Fantasien, ist ein zynischer Verrat an ihrem Vermächtnis. Wir respektieren die ukrainische Staatlichkeit, die sich auf funktionierende demokratische Institutionen stützt. Wir haben Verständnis für die pro-europäische Entscheidung unserer Nachbarn. Wir sind überzeugt, dass alle Probleme in den Beziehungen zwischen unseren Ländern friedlich gelöst werden können. Durch die Entfesselung des Krieges hat sich Russland selbst zur internationalen Isolation, zur Position eines Paria-Staates verurteilt. Wir fordern die sofortige Einstellung aller Militäraktionen gegen die Ukraine. Wir fordern die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des ukrainischen Staates. Wir fordern Frieden für unsere Länder. Ich möchte dem, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, an dieser Stelle ausdrücklich nichts hinzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Seibel, für diese sehr brillante Rede. Als nächstes rufe ich auf die Bühne Anastasia Zarenko. Bitte sehr. Ich bin Anastasia, 26 Jahre alt. Meine ganze Familie ist jetzt in der Ukraine. Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, was solche Demos bringen sollen. Warum macht man das? Am 24. Februar um 5 Uhr morgens habe ich das verstanden. Das ist das Gefühl von Hilfslosigkeit. Gefühl, nicht gehört zu werden. Egal, wie laut man schreit. Ehrlich gesagt hat die Ukraine das Gefühl schon seit dem Jahr 2008. Wenn Putin friedliches Georgien angegriffen hat, hat die Ukraine sofort verstanden, dass das ein Zeichen für uns ist. Seit 2008 appellierten wir, an NATO und EU aufgenommen zu werden. Wir wurden nicht gehört. Auch Deutschland hat sich gegen Eintritt von der Ukraine in NATO und EU geäußert. 2014, wo ein Stück unseres Landes graus und gestohlen wurde und Osten angegriffen wurde, haben wir wieder zu Europa appelliert. Wir haben Europa Jahrzehnte von dem gewarnt. Bitte. Was jetzt passiert? Der Krieg ist in Europa. Das ist nicht nur Krieg zwischen Russland und Ukraine. Das ist Krieg zwischen Russland und Demokratie, Freiheit und Frieden. Laut deutschen Nachrichten, Kommentaren und sozialen Netzwerken musste der Krieg schon am 24. für die Ukraine vorbei sein. Aber Deutschland, genau wie Putin, hat massiv zwei wichtige Sachen unterschätzt. Ukrainische Armee und ukrainisches Volk. Und wir sind richtig sauer. Unser Volk bezeichnet sich dadurch, dass wir uns untereinander streiten können. Aber wenn es um unser Land geht, sind wir ein unzerbrechliches Eins. Und wir verteidigen uns erfolgreich schon seit mehr als 50 Stunden. Und das gegen eine der stärksten Armeen der Welt. Ich hoffe, dass die Welt langsam aufwacht und versteht, dass wir alle in Gefahr sind und alles tut, um diesen Verrückten zu stoppen. Diesen verrückten Lügner, der heute sagt, dass die Ukraine niemals angreifen wird und morgen es einfach tut. Der sagt, dass er nicht auf Zivilisten schießt, aber jeden Tag Wohnhäuser, Krankenhäuser und Krankenhäuser beschießt. Die Welt darf Putin niemals wieder glauben. Wie geht es mir? Auf jeden Fall besser als jedem in der Ukraine. Obwohl ich auch seit drei Tagen nicht schlafen und nicht essen kann. Der 24. Februar wurde bis jetzt zum schlimmsten Tag meines Lebens. Ich bin aufgewacht und gesehen, dass mein Papa am 5 Uhr morgens angerufen hat. Wenn ich ihn angerufen habe, wusste ich bereits, was er sagt. Aber es hat sich trotzdem wie ein Albtraum angefühlt. Wir werden bombardiert. Es hat angefangen. Mein Papa war schon in wenigen Minuten in der Stadtverteidigung. Wie auch sehr, sehr, sehr viele Männer. Stinksaure Männer. Der Rest meiner Familie lebt jetzt zwischen der Wohnung und dem Bunker. Darunter meine 80-jährige Oma, die mich erzogen hat. Mein Engel, der im Zweiten Weltkrieg geboren wurde, darf jetzt vielleicht im Dritten Weltkrieg sterben. Ich wünsche einem, ich wünsche jemandem von euch, dieses Gefühl zu haben. Jede Sekunde nicht zu wissen, ob man noch eine Familie hat. Was ihr machen könnt. Ukraine auf allen möglichen Wegen unterstützen. An Caritas, Ärzte ohne Grenzen, ukrainische Amir spenden. Aber das Wichtigste, was ihr machen könnt, reden. Mit jedem. Dieser Krieg muss Thema Nummer 1 sein, bis zum Moment, wo es endet. Die Regierung muss auch spüren, dass Deutsche sie in allem, was Unterstützung der Ukraine angeht, unterstützt. Es geht jetzt nicht um Geld und Gas. Es geht um Schicksal keines Europas. Glaubt an Regierung. Glaubt an die Ukraine. Glaubt an ukrainisches Volk. Slavo Ukraine. Vielen Dank, Anastasia. Ich denke, ganz Konstanz fühlt mit dir. Wir fühlen deinen Schmerz und wir können das sehr gut verstehen, wie du dich gerade fühlst. Als nächstes auf die Bühne bitte ich Andrzej Gorkow. Bitte sehr. Ich bin Andrzej Gorkow, seit 10 Monaten studiere ich Finanzmathe in dieser wunderschönen Stadt. Und wie alle, die heute hier stehen, bin ich in meinem Leben durch viele Schwierigkeiten gegangen. Als Beispiel, im 2014 haben die russischen Soldaten meine Heimatstadt okkupiert. Für uns war das unvorstellbar. Wir waren natürlich dafür nicht bereit. Und wie kann man dafür bereit sein? Meine Familie, meine Freunde, meine Verwandte. Wir haben unsere Häuser verlassen. Aber nicht nur Häuser. Wir haben das Leben verlassen. Das Leben, was wir hatten. Und in diesem Krieg haben wir bezahlt. Wir haben bezahlt mit Leben. 15.000 Menschen in diesem Krieg in der Ostukraine sind gestorben. Man redet nicht darüber, aber das ist die Wahrheit. Wir Ukrainer, wir haben schon 15.000 Menschen verloren in diesem Krieg. Und eineinhalb Millionen Menschen sind Flüchtlinge geworden. In der Ukraine haben wir gedacht, dass unser Preis groß genug ist. Aber in Moskau, der Putin hat eine andere Meinung gehabt. Und wie wir alle wissen, am Donnerstag hat er einen neuen Krieg gegen das ukrainische Volk begonnen. Und als Grund, man muss natürlich russischsprachige Ukrainer schützen. Ich bin ein russischsprachiger Ukrainer. Im Alltag spreche ich russisch. Ja, ich kann natürlich ukrainisch. Ja, das stimmt. Niemand, niemals hat mir irgendwann gesagt, dass nur weil ich russisch rede, soll ich mich underestimated fühlen. Ja, Entschuldigung, ich kann gerade kein deutsches Wort dafür finden. Niemals in der Ukraine. Wir sind offen für alle Menschen, für alle Religionen, für alle Nationen. Es gibt sowas nicht. Und natürlich, was man in Russland hören kann, das heißt, man muss jemanden schützen, das ist natürlich, das ist nicht die Wahrheit. Ich bekomme die Anrufe von meinen Freunden aus ganzer Ukraine. Natürlich kennt ihr diese Städte wie Ivano-Frankivsk, Lutsk, Irbyen, Kharkiv. Aber diese Städte kenne ich ganz gut. Und wenn ich höre, was die erzählen, wenn ich höre, wenn die sagen, wir fühlen, dass wir allein sind, ich sage, nein, die Ukraine ist nicht allein. Und wenn ich jetzt hier stehe, das sehe ich. Ich sehe, dass mein Land nicht allein, dass so viele Menschen, auch in Russland, wir sollen auch diesen Menschen Danke sagen. Die unterstützen Frieden in der Ukraine und in Europa. Wenn jemand fragt, wie kann man gerade helfen? Wie kann man jetzt der Ukraine helfen? Es gibt viele Internetquellen für Hilfe für unsere Armee. Wenn jemand nicht Armee helfen kann oder will. Es gibt viele humanitäre Organisationen, die gerade auch unsere Frauen, unsere Kinder, die helfen alle Ukrainer. Deswegen, ich bitte euch, es ist, glaube ich, nicht so hart, von einem Kaffee oder von ein paar Brötchen zu verzichten. Wahrscheinlich kann man jemandem ein Leben retten. Und ich bitte euch, ich bitte euch für diese Kleinigkeiten, kann man sagen, um meinem Land zu helfen. Und natürlich, was ich noch sagen will, Ja, wir werden bestimmt nicht aufgeben. Wahrscheinlich jemand von euch denkt, dass also Russen, die werden bestimmt, also nicht nur Ukrainer, sondern auch weitergeben. Nein. Also nein, also glaub mir. Meine Freunde und ich nächste Woche, wir fahren auch in der Ukraine. Wir werden Frieden in der Ukraine und in Europa schützen. Niemals, niemals werden die Russen gewinnen. Die Russen, die diesen Krieg wollen, natürlich, meine ich. Wir werden das niemals lassen. Niemals. Wir schützen und wir werden schützen Frieden in der Ukraine und Frieden in Europa. Damit die Kinder von uns alle die Zukunft haben. Das verspreche ich euch. Und noch was. Während diese zwei Tage, drei kleine Mädchen, drei kleine Ukrainerinnen, sind in der U-Bahn von Kiew geboren. Und ich finde, das ist so eine Wunderschöne. Natürlich, das ist schrecklich. Aber das heißt, das Leben war vor Putin und das Leben wird natürlich nach Putin sein für uns alle. Slava Ukraini! Vielen Dank, André Gorkhoff, für diese wunderschöne Rede. Als nächstes auf die Bühne bitte ich Tom Schneider. Einen Moment, bitte. Ich habe heute für euch ein kleines Gedicht geschrieben, beziehungsweise eine Lyrik. Ich halte und fasse mich kurz, weil ich glaube, dass ich durch diesen Zweiteiler in zwei Sprachen etwas zum Ausdruck bringen kann, ein Gefühl, was ich gefühlt beobachtet habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Und nochmal danke an jeden, der hier ist. Und ich finde es schön, dass es überparteilich ist und dass wir zeigen können, dass wir nicht wegsehen. Hier stehe ich. Ich konnte nicht anders. Anders als sonstige Themen, die schnell vorübergehen, geht es mir heute unter die Haut. Hautnah ist dieser Krieg, von dem wir dachten, es sei in Europa besiegt. Jahrelang brüchiger Frieden fielen wir zurück in alte Themen. Dann kam uns Corona entgegen. Liesen wir Putin gewähren, verwerten wehrlosen Waffenhilfe, hoffnungslose Hilferufe, hilft nun kein Reden mehr. Mehr noch sind wir Passanten geworden, geborgen in unserer heilen Welt, hält uns die Feigheit zurück, mischen uns nicht ein, lassen die Ukraine allein. Teilt sich die Welt in ein neues Ost-West, gefestigte Diktatoren und Zaren, die in sich den Geist der Vergangenheit offenbaren, offensichtlich wird es langsam ersichtlich. Den Fehler, den wir wiederholt haben, will ich auf Englisch jetzt offenbaren. Never before, since World War II und der Collapse der Sowjetunion, hat unsere westliche Zivilisation in such danger. Putin, selbst-declared Czar von Russland, mit Staliner von Staliner von Staliner von Staliner von Staliner von Staliner We cannot escape danger by crawling into bed and putting the covers and putting the covers over our heads. Ukraine, now fighting for its life, together with the Taiwanese democracy, is the stronghold. This is where we have to make our stand in this decade as the Western world, as Germany, and this is a decision we all have to make if we want to make the stand or we don't. The experience of the last six years has proven beyond doubt that no nation in Europe can appease Putin. No man can tame a tiger into a kitten by stroking it. There can be no appeasement with ruthlessness. There can be no reasoning with a maniac czar. Zum Schluss möchte ich noch sagen, seien es meine Vorfahren aus Elsass-Lothringen oder die Menschen in Südtirol. Es ist meistens nur eine kleine Minderheit, die darauf achtet, welche Farbe eine Flagge hat und woher immer herkommt. Und es sind meistens die gewesen, die selber nicht in den Krieg ziehen müssen, die es einanderen aufzwingen, um es in ihrer Vorstellung, um die Welt in ihrer Vorstellung anzupassen. Und alles, was die Menschen in der Ukraine, in Südtirol und in Melsas wollen, ist doch einfach nur in Frieden zu leben. Ich danke euch. Applaus Vielen Dank, Tom Schneider, für diesen lyrisch-philosophischen Beitrag. Als nächstes auf die Bühne rufe ich Anna Salabay. Als ich am Morgen des 24. Februar den verpassten Anruf um 5.30 Uhr von meinem Vater sah, wurde mir klar, dass das Schlimmste, das Schlimmste, was die demokratische Welt so sehr befrüchtete, passierte. Und dies geschah in unserem Europa, in meinem Heimatland, in der Ukraine. Die Angst um die Liebsten, die Wut gegenüber dem Kreml und all jenen, die das Regime dort unterstützen. Und der Stolz, der Stolz auf die ukrainische Streitkräfte, auf den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, auf die ukrainische Bürger, deren Heldentum und Tapferkeit bereits in die Geschichtsbücher eingegangen sind. All das sind die Gefühle, die mich in diesen Tagen, in den Tagen des unmenschlichen, aggressiven und widerrechtlichen Krieges überfüllen. Ich weiß, dass wir gewinnen werden. Ich weiß, dass wir unsere Freiheit und unsere Werte verteidigen werden. Dafür spricht der extreme Zusammenhalt der Ukraine. Die Männer sammeln sich in die Kommunen der territorialen Verteidigung. Riesige Schlangen von Menschen stehen zur Blutspende an. Freiwillige bereiten Molotow-Cocktails vor. Die ukrainischen Streitkräfte machen das Unglaubliche zur Realität. An dieser Stelle möchte ich an die internationale Gesellschaft appellieren. Unterstützen Sie die Ukraine. Helfen Sie den Menschen durch humanitäre Hilfe. Schutz des Luftraums der Ukraine durch Abwehrraketen. Spenden an die ukrainische Armee. Ein Verbot und ein Blockieren der russischen Propaganda Sender in Europa. So wie russische Telegram-Kanäle. Jeder mögliche Unterstützung zählt. Jeder kann seinen Beitrag zum Frieden in Europa leisten. Gemeinsam sind wir stark. Slava Ukraine! Vielen Dank Anna Salabay für diesen sehr bewegenden Beitrag. Als nächstes auf die Bühne bitte ich Alicia Invernizzi und Dirk Kirsten. Dankeschön. Und ich kann noch ankündigen, dass wir bald mit den Redebeiträgen durch sind und zur Schweigeminute übergehen. Diejenigen, die eine Kerze mitgebracht haben, sollten diese dann noch demnächst bereithalten. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt, weil die russische Regierung am frühen Donnerstag morgen begonnen hat, die gesamte Ukraine anzugreifen und einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu starten, die schrecklichsten Folgen für Menschenleben und Menschenrechte haben wird. Angesicht der Missachtung des Völkerrechts durch russische Truppen an anderen Schauplätzen in den letzten Jahren, die allesamt straff bleiblieben, sind wir von Amnesty International äußerst besorgt, dass sich die Geschichte hier wiederholt. In 2015 wurden zum Beispiel in Syrien bei einer Reihe russischer Luftangriffe auf Wohngebiete mindestens 200 Zivilpersonen getötet. Dies ist ein Kriegsverbrechen, denn auch in militärischen Konflikten muss die Zivilbevölkerung geschützt werden. Im Jahr 2020 haben in Syrien russische Flugzeuge sowohl Schulen als auch Krankenhäuser angegriffen. Dies ist ein Kriegsverbrechen, denn Schulen und Krankenhäuser sind auch in militärischen Konflikten nie anzugreifen. In schon zuvor andauernden Konflikten in der Ostukraine haben die von Russland unterstützten Separatisten unpräzise explosive Waffen in dicht besiedelte zivilen Gebieten eingesetzt. Dabei stationierten sie diese Waffen auch in Häusern und ziviler Infrastruktur und feuerten sie von dort aus ab. Dies ist ein Kriegsverbrechen, denn auch in militärischen Konflikten darf die Zivilbevölkerung nicht als menschliches Schutzschild verwendet werden. Die Geschichte der militärischen Intervention des Kremls ist von einer eklatanten Missachtung der humanitären Völkerrechts geprägt. Die russischen Streitkräfte haben wahllos Angriffe durchgeführt, verbotene Waffen eingesetzt und manchmal offenbar absichtlich Zivilpersonen und zivile Objekte angegriffen. All dies ist ein Kriegsverbrechen. Insofern kommt es leider nicht überraschend, dass MitarbeiterInnen von Amnesty International leider schon innerhalb dieser wenigen Kriegstagen zahlreiche Kriegsverbrechen der russischen Armee dokumentierten. Amnesty International hat gestern drei Vorfälle dokumentiert, bei denen mindestens sechs Zivilpersonen getötet und mindestens zwölf weitere Menschen verletzt wurden, indem wahllos Wohngebiete und Objekte wie Krankenhäuser angegriffen wurden von russischen Truppen. Dies ist ein Kriegsverbrechen. Doch. Doch neben dieser langen Liste an Kriegsverbrechen im Ausland begeht die russische Regierung auch schon lange und beständig Menschenrechtsverletzungen an ihren eigenen Bürgern. So wurde beispielsweise Alexander Gavishev willkürlich für psychisch krank erklärt und in die Psychiatrie zwangseingewiesen, weil er Kritik an Präsident Putin übte. Die Künstlerin Julia Zvetkova hat Bilder von gleichgeschlechtlichen Paaren angefertigt. Ihr drohen daher gerade wegen des Herstellung und Verbreitung von Pornografie sechs Jahre Haft. Mikhail Lazarevich hat friedlich sein Recht auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit wahrgenommen und steht deshalb seit dem 29. Dezember wegen der Zusammenarbeit mit einer unerwünschten Organisation vor Gericht. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist seit über einem Jahr rechtswidrig inhaftiert. Auch seine Mitarbeiterin Lilia Caniceva sitzt momentan wegen dem politisch motivierten Vorwurf der Gründung oder Leitung einer extremistischen Vereinigung in Haft. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. In den letzten Tagen sind mutige Menschen in Russland auf die Straße gegangen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren und gegen Putins Angriffskrieg zu demonstrieren und all dies trotz eines bereits davor verhängten Demonstrationsverbots und angedrohten harten Strafen. Bei diesen Protesten gegen den Krieg in zahlreichen russischen Städten wurden am Donnerstag dann auch sogleich 1.800 Menschen in Russland verhaftet. All dies sind Menschenrechtsverletzungen. Es ist unsere Pflicht als demokratische Zivilgesellschaft hier in Konstanz und überall sonst dieses Mal genau hinzusehen. Wir dürfen Kriegsverbrechen nicht ignorieren. Wir dürfen Menschenrechtsverletzungen nicht ignorieren. Wir dürfen nicht ignorieren, welche Verbrechen die russische Regierung verübt. Nur wenn wir diese Verbrechen klar benennen und belegen, bekommen die Verantwortlichen dieses sinnlosen Krieges den einzigen Platz, der ihnen zusteht. Und dieser Platz ist der Anklageplatz vor einem internationalen Strafgerichtshof. Vielen Dank Alesia Inveneci und Dark Kisten für das Anprangern dieser Menschenrechtsvergehen von Russland. Als nächstes auf die Bühne bitte ich Madita Höck. Ich habe auch einen kleinen lyrischen Beitrag dabei. Der Abstand zwischen Berlin und Rom ist ungefähr genauso groß wie da zwischen Berlin und Kiew. Generation friedliches Europa ist nun Geschichte. Es fällt mir schwer dazustehen und krampfhaft Nachrichten zu sehen und dann schreibe ich in der Hoffnung Worte würden alles weniger real machen und in der Hoffnung dass mein Ideal Hoffnung stärker ist als der Frust als das Leid als der unbegreifliche Verlust des europäischen Friedens. Kennt kennt ihr das wenn man sich wünscht vieles wäre nicht geschehen und wenn man sich vorstellt wie es wäre die Zeit zurück zu drehen ich wünsche mir ich könnte die Gewalt anschreien aus Leibeskraft und Seele einfach dagegen anschreien aus voller Kehle aber mein Hals ist immer noch zugeschnürt als hätte ich nichts zu sagen machtlos hilflos ist man unbegreiflich ausgesetzt Völkerrecht wurde verletzt was passiert jetzt und was ist mit den Menschen dort machtlos hilflos grausam ausgesetzt meinungsstark würde ich es gerne wagen zu sagen Menschlichkeit wird siegen doch im Krieg gibt es nur Verlierer Menschlichkeit kommt auf dem Schlachtfeld zum Erliegen und dort wo ein Stück Menschlichkeit verloren geht dort kann sich keiner mehr in Sicherheit wiegen die Psyche fleht die Seele fleht meinungsstark würde ich es gerne wagen zu sagen Menschlichkeit wird siegen doch ich traue mich nicht solange das Feuer brennt und solange sich Menschen für vernünftig halten die Grausamkeit bürokratisch verwalten ganz ohne ein menschenwürdiges Argument Angst ist ein mieser Berater Sorge ein Publikums unwürdiges Theater und was halten wir uns also fest wenn der Mut die Sinne verlässt Entsetzen reicht nicht deshalb bin ich hier und auch wenn ich mir insgeheim wünsche Worte würden alles weniger real machen bleibt der Bund schweige denn weil wir hier stehen sind wir bereit Verantwortung zu übernehmen Verantwortung für die Menschlichkeit für den Frieden für ein Miteinander wir brauchen Worte um zu verhandeln um friedlich zu handeln um verbrecherische Taten in Diplomatie zu verwandeln wir brauchen Worte um Vernunft zu manifestieren Europas Frieden ist Geschichte doch wenn ich mich hier umschaue weiß ich dass Vernunft noch Hoffnung hat und deshalb sage ich überzeugt hoffnungsvoll und meinungsstark der Friede ist das Meisterwerk der Vernunft danke vielen Dank mal Dieter für deinen Poetry Slam zum Abschluss bevor wir mit der Schweigeminute anfangen möchte ich noch mitteilen dass wir direkt danach dass ich von meinen ukrainischen Freundinnen und Freunden gebeten wurde dass wir die Hymne der Ukraine anstimmen möchte ich sie darauf vorbereiten dass wir das direkt nach der Schweigeminute machen aber ansonsten würde ich dann jetzt die Schweigeminute einleiten und ich möchte darum bitten möglichst ruhig zu bleiben damit wir einen kraftvollen Moment hier auf dem Münsterplatz ermöglichen deswegen bitte ich um absolute Ruhe jetzt kraftvollen ich auch das Hiermit möchte ich das Schweigen wieder brechen und bedanke mich recht herzlich für diesen kraftvollen Moment. Wir haben heute aus Konstanz unsere Solidarität mit der Ukraine gezeigt, das völkerrechtswidrige Vergehen Russlands verurteilt und für den Frieden geworben. Ich bedanke mich hiermit recht herzlich dafür, bei allen Rednerinnen und Rednern für ihre tollen Wortbeiträge, bei all denjenigen, die bei der Organisation geholfen haben, hier insbesondere zu erwähnen, Herrn Oberbürgermeister Burkhardt und die Stadt Konstanz, Herrn Crivellari, Herrn Rhein von der Firma A2R und die Münster-Pfarrerei. Ein Dank geht auch an die Polizei, die unsere Kundgebung geschützt hat. Und zu guter Letzt natürlich auch ein herzliches Dank an alle, die heute zu dieser Kundgebung gekommen sind. Vielen Dank. Konstanz ist solidarisch mit der Ukraine und deswegen bitte ich meine ukrainischen Freundinnen und Freunde, die Hymne anzustimmen. Bitte sehr, ihr habt die Bühne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank, meine ukrainischen Freundinnen und Freunde für das Anstimmen dieser Hymne. Ich werde die Versammlung jetzt gleich beenden, allerdings wurde ich noch gebeten, auf einige Veranstaltungen und Spendenaufrufe hinzuweisen. Morgen am Sonntag um 17 Uhr wird es hier am Münster ein Friedensgebet geben und dazu sind Sie natürlich sehr herzlich eingeladen zu kommen. Am 27. Am 27.02. also ebenfalls morgen um 17.30 Uhr wird auch ein Gottesdienst der ukrainischen Gemeinde stattfinden. Und gleichzeitig wurde ich auch darum gebeten, einen Spendenaufruf der Facebook-Gruppe Hilfe Spenden Ukraine Ihnen nahezulegen. Da geht es um Spenden für ukrainische Flüchtlinge in Polen und gleichzeitig wurde ich auch von Seebrücke Konstanz gebeten, einen Spendenaufruf an Sie weiterzutragen. Genau. Ich hoffe, Sie hatten heute einen trotz der Umstände angenehmen Abend an dieser Kundgebung und hiermit würde ich die Versammlung auch offiziell beenden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend. Wer möchte, kann hier noch Kerzen an die Treppe der Kirche legen. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Vielen Dank.